Da sind wir wieder bei Half-Life-Source und meine Festplatte sieht nicht gut aus. Ein Part geht noch. Okay. Ähm. Wir sind hier an einem interessanten Ort. Bei den... Typen, die die Invasion eingeleitet haben. Oder ich weiß gar nicht, was für eine Welt das hier überhaupt sein soll. Heute ist ein großer Tag, wenn wir aus der Maschine sofort runterfahren. Los, holt ihn schon da raus. Die Maschine runterfahren? Ab ins Licht. Das sieht aus wie so ein Baby. Nihiliad oder was stand da? Guck mich nicht so an, das sieht... Du siehst sehr... Böse aus. Alter, ist das creepy. Ich glaube, ich soll es angreifen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es Schaden mache. Alter, ich fühle mich gerade ein bisschen bedrängt. Danke. Gott, Hilfe. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich brauche erstmal Heilung. Warte, was war... Irgendwas war hinter ihm. Oh, ich wollte doch... Ich wollte doch... Mich heilen. Soll ich die kaputt machen? Natürlich, ich werde sterben. Ach, kommt. Schaffe ich's? Nein! Ich krieg nicht genügend Schwung. Das ist ne Maschine. Das Ding sieht eklig aus. Ich hab den Timer nicht gestartet. Ich... Voll Horst. Und dann hab ich auch noch wenig Speicherplatz. Ich bin so früh. Fängt gut an, oder? Finde ich auch. Freeman. Freeman ist gleich nicht mehr... Nicht mehr so Freeman. Wie verzweifle ich gerade? Willkommen beim Endboss, oder? Ich werde wieder... Nein, das sieht gut aus. Oder? Nein, das sieht nicht gut aus. Es verfolgt mich. Ich will mich doch nur heilen. Allein. Wir nicht allein. Wir nicht allein. Wir nicht allein. Wenn nicht so viele Aliens kommen würden. Dann könnte ich mehr... Mich darauf fokussieren, ja... Zu überleben. Noch kaum... Wie, es kommen jetzt noch mehr. Diese Gravitation, die... Braucht so ein bisschen, bis ich unten ankomme. Wenn ich springe. Das nervt ein bisschen gerade. So. Ist da unten irgendwas? Nee. Immerhin bekommen wir ihr Leben. Und da oben ist der Port. Ach da. Die Plattform gar nicht gesehen. Ach komm, bitte. Na toll. Das dreht mich gerade auf, dass ich den Timer vergessen habe. So richtig. So richtig. Ich würde gerne weiterkommen. Ich würde gerne weiterkommen. Wir haben es gleich. So. So. Endlich oben. Und rein mit uns. Hallo fliegendes Baby. Was ich nicht weiß, ob ich es verletzen kann. Schieß einfach weiter auf dich. Weil ich das gut an den Menschen glaube. Ich weiß nicht, ob ich dir Schaden mache oder nicht. Auf jeden Fall fliegt da irgendein grünes Zeug aus dir raus. Und das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich eigentlich auf den Kopf landen? Anscheinend nicht. Hast du eine Schwachstelle? Oder mache ich das gerade hier richtig? Richtig. Also. Mache ich das hier gerade wirklich richtig? Ach komm. Ich guck mal kurz, wie der Timer so steht. Nun gut. Ich weiß jetzt, wie... Wie stand ich wieder hier? Danke. Ich habe Raketenwerfer-Monie. Also. Schieß dich auch damit. Ich schieß dir auch gerne von uns rein. Ich kann nicht springen. Allein. Immer nicht. Allein. Und wir nicht. Ich muss nochmal einen Spiel holen. Und... Ich passe jetzt auf... Ich passe jetzt auf, wie ich lande. Energie jetzt auf 15%. Energie jetzt auf 30%. Energie jetzt auf 45%. So viele Prozente gibt es gerade? Doch, klar. Ich weiß nicht. Aber... Ähm... Ich weiß... Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Außer... Der End-Boss sieht aus wie so ein verdammter Fötus oder so ein Baby. So, diesmal passe ich auch auf, wo ich hinlaufe. Ich verbrate einfach meine ganze Muni. Das ist doch bestimmt richtig. Wenn ich mich bewege, trifft er mich eh nicht. Soll ich die kaputt machen? Kann ich die kaputt machen? Ohne Grund sind diese Plattformen hier doch bestimmt nicht... Hä? Wessen? Doch. Ohne Grund gibt es diese Plattformen hier bestimmt. Nimm ein Heide, mich hier schneller als erwartet. Dann kann ich doch eh nicht ausweichen. Wo bin ich jetzt? Ach, im Phantasialand. Stimmt, ja. Wollte ich doch immer mal sein. So, einer ist da. Natürlich habe ich gleich keine Muni mehr mit ihm. Immerhin, wenn er uns teleportet, dann bekomme ich Muni und die ganzen anderen Kram. Ah ja, diese Kugel bringt mich hoch. Nimmst du mich mit? Nee. Nimmst du mich mit? Danke. Ich glaube aber... Dass ich mit den Paketenwerfern nicht ankomme, oder? Doch. Ich bin gleich tot. Nein. Ach komm. Kann man nicht... Och, dann fängt man auch wieder neu an, ey. Ich versuche, es mit den Dinger da kaputt zu machen. Was anderes weiß ich doch nicht. Das scheint richtig zu sein. Ich schieße da jetzt weiter drauf. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich... Meine Maus! Ich habe einfach 10 Ma... Äh... Verkackt. Schiff, baby. So, alle drei kaputt. Was willst du tun? Nein. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Ach so, ich musste ja jetzt besiegen. Hat diesmal besser geklappt, als erwartet. Ich bin nicht verzweifelt, aber es nervt gerade ein bisschen. Vielleicht spiele ich auch schon zu lange. Wir freuen uns schon auf das nächste Projekt. Warte, wollte ich jetzt Banjo-Turi machen? Ich war mir... Ja, mach einfach. Ich mach's einfach. So, was bringt mir das jetzt, dass ich das alles kaputt gemacht habe? Muss ich... Ich kann mir noch denken... Wieso will er mich sofort porten? Ja... Wissen kann mir niemals die Wahrheit wissen. Doch. Wahrheit. Komm, Auge, das betracht das richtig. Gut, ich beende den Part hier. Bis dann. Tschüss.